Okay Freunde, da ich in den letzten vier Monaten jeweils 4K-Badges, 4x4K-Badges gedrofft habe, dachte ich mir, Leute, ich zeige euch mal ein richtig geiles Gameplay dazu, aber erstmal gebe ich euch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr dementsprechend die 4000 Schaden auf eurer Main-Legende erreichen könnt. Zuallererst solltet ihr euch wirklich überleben, was ihr für Waffen spielen solltet. Da kann ich euch empfehlen, entweder es ist die Spitfire oder 301. Diese beiden sind einfach extrem gut, um Schüsse relativ einfach aus einer sicheren Entfernung zu hitten und dementsprechend euren Damage-Score extrem damit nach oben zu ballern. Als Secondary spiele ich eigentlich fast immer die A99 oder AK, man könnte rein theoretisch aber auch noch eine Sniper nehmen. Man könnte wirklich zum Beispiel eine Sniper, eine Longbow oder eine Charge Rifle nehmen und eine 301, dann seid ihr dementsprechend für den Nahkampf, als auch für den Fernkampf, echt gut gewappnet, aber ihr müsst euch sicher sein, dass ihr halt auch wirklich im Nahkampf dementsprechend das Strafe oder den Strafe-Speed verliert und ihr wirklich eure Shots hitten müsst, aber sonst wäre das eigentlich fast ein richtig gutes Setup, um extrem viel aus der sicheren Distanz dementsprechend Schaden zu farmen, aber halt auch dementsprechend, wenn euch Gegner pushen oder wenn ihr dementsprechend gethard-partyt werdet, dass ihr dennoch etwas tun könnt, wenn es dementsprechend direkt um den Melee, also um den Nahkampf geht. Ja, bei den Legenden ist das so eine Sache, Freunde, ihr wollt ja nicht irgendeine super Legende haben, wo ihr dann 4000 Schaden farmt, sondern ihr wollt ja dementsprechend die Batch haben auf eure Main-Legende. Von daher spielt einfach die Legende, wo ihr auch die 4K-Batch haben wollt. Ich meine, ich sag mal so, ich denke mal, es ist schon einfacher, mit einer Ash oder mit einem Bloodhund eine 4K-Batch zu erreichen, als mit einem Newcastle oder mit einem Lifeline, ne, dementsprechend einfach durch die Mobility, durch die Sicht, durch die Recon, habt ihr einfach bessere Möglichkeiten oder halt einfach, ich sag mal, die Voraussetzung ist einfach besser gegeben, aber wie gesagt, es bringt euch nicht, wenn ihr gar nicht auf eurer Main-Legende die 4K-Batch habt, weil da wollt ihr sie ja zeigen. Von daher spielt einfach das, was ihr wollt und guckt, dass euer Team sich anpasst. Guckt, dass ihr zum Beispiel eine Ash und einen Newcastle habt, einen Newcastle, der euch super schnell schützen kann in brenzlichen Situationen, der euch wiederbeleben kann und eine Ash, die euch zum Beispiel super schnell Positionen sichern kann, wenn ihr dementsprechend eine Lifeline oder Mirage spielen wollt. Und außerdem haben die meisten Maps ja so viele Elemente, seien es dementsprechend die Ziplines, diese Balloons oder halt auch die Autos, wo ihr dementsprechend super schnell rotieren könnt, dass ihr jetzt nicht unbedingt eine super Movement-Legende braucht. Bei dem Landing-Spot ist es so eine Sache, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also es gibt einmal den Punkt, dass man sagen könnte, ja natürlich lande ich Hop-Drop, weil da habe ich erstmal super viele Kills, da habe ich super viel Schaden, da habe ich super viele Gegner, die überhaupt potenziell, oder an denen ich überhaupt potenziell Schaden farmen kann. Das ist richtig, man darf aber nicht vergessen, bei dem Hot-Drop, da sind 1000 Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gefällt, partying, dass sie einfach stirben, denn der ganze Damage für die Katze ist, ist halt auch dementsprechend super hoch. Und man darf auch nicht vergessen, dass fast alle mit einem weißen Schild rumlaufen. Es ist super Chaos, euer Team kann euch dementsprechend keine Kills oder kein Damage einfach lassen. Von daher ist das immer so eine Sache, teilweise könnt ihr mit 8-10 Kills aus dem Hot-Drop rausgehen, nach wirklich 4 Minuten und habt gerade mal 800 Schaden. Das habe ich schon so oft erlebt, weil alles chaotisch ist, alle sind angefragt, die Leute haben kein Medic-Stuff, man fightet nicht großartig auf Range, wo man viel Schaden farmen kann. Von daher ist das immer so eine Sache. Wenn ihr aber zu weit außerhalb landet, Leute, ihr kennt es, nach 2-3 Minuten ist die halbe Lobby einfach schon down. Und bis ihr die erste oder bis ihr das erste Squad seht, sind nur noch 230 Scots am Leben. Dann könnt ihr es so oder so vergessen. Von daher macht es Sinn, guckt dementsprechend, wo das Landungsschiff landfliegt und dann schaut, dass ihr irgendwie in die Nähe fliegt, da wo viele Gegner sind. Am besten ist es, wenn ihr mit 2 oder 3 Squats gleichzeitig landet, ihr lootet die, ihr holt die gleich weg, ihr klebt euch weiter, ihr habt schon Schaden gefarmt und dann geht ihr dementsprechend in die Hot-Zone, wo dementsprechend die Leute sind, die da halt noch überleben, die wahrscheinlich sowieso noch kämpfen, weil die Kämpfe gehen halt einfach extrem lange. Und da könnt ihr euch in den meisten Fällen gut teilpartieren oder gut einmischen oder von hinten einfach richtig schön den Damage farmen. Einer der aller, 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 aller wichtigsten Faktoren ist, ist, dass ihr die Kills bekommt oder dass ihr die Leute killt, die genockt sind. Weil wenn die Leute genockt sind, dann macht ihr 100 Schaden an denen, nicht an den Chills, sondern dementsprechend auf dem Body, bis sie tot sind, dann macht ihr 100 Schaden und dieser Schaden wird ganz normal gezählt. Das heißt also, wenn ihr jetzt spezifisch für eine 4000 Damage-Batch oder für eine 4K-Batch geht, dann sagt das eurer Mate, kommuniziert das mit euren Mates und sagt, Leute, wenn jemand nockt, seid mal so nett und lasst nicht den finischen, weil dann farmt ihr halt einfach 100 Schaden. Und wenn jetzt zum Beispiel im Team 10 Leute dementsprechend von euren Mates geholt wurden und ihr finischt die, habt ihr einfach 1000 Schaden und ihr musstet nichts dafür tun. Von daher, das ist eigentlich so der absolute A- und O-Punkt, wie ihr dementsprechend die 4K-Batch erreichen könnt. Und Leute, jetzt quatsch ich gar nicht lange. Probiert diese Tipps zu beherzen, wenn ihr Bock auf die 4K-Batch habt. Und ich hab, na richtig, ich hab so eine kranke Runde mit Bloodhound gedroppt. Ey, würde mich mega freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Es ist völlig kostenlos. Wir haben wirklich noch viel Großes auf diesem Kanal vor. Von daher würde es mich freuen, wenn du dabei bist. Ey, ich halte meine Schnauze. Viel Spaß beim Video. Let's fucking go. Ne, sie ist nicht alleine. Hab dem einen 120 gegeben, dem Bloodhound. Wusste ich doch, dass ihr hier rattet. Ich wusste es einfach. Boah, ich hab beiden Todesweh gegeben. Also ich hab 256 Schaden. Bloodhound wieder cracked. Der ist hier links in der Ecke. Oh, der sieht schön aus. Wo ist denn die Rafe hingegangen? Ah, da. Hinter die, oder? Oh, hier. 70. Zone. Cracked. Down. Na ja, wie gesagt, Schildstopp gemacht, ey. So ein Penner. Gegner, Gegner vor mir, Gegner vor mir, Direkt vor mir, Direkt vor mir. Ich hab ihm gut gegeben. Oh mein Gott. 10 HP. 10 HP. Na ja, warte, warte. Ich mach mir mal kurz ein Filingsgit rein. Er ist weg. Clones. Ja, down. Da haben wir kurz ein Filingsgit rein. Der shit-Batterie rein. So, Junge, Alter. Jetzt gehen wir uns mal nicht auf den Sack. Meine Güte. Neues Team, neues Team, neues Team. Noch deiner. Schönes Ding. So. Vielleicht dürfen wir jetzt kurz mal durchatmen. Okay, das hört sich doch schon ein bisschen näher an. Das ist ziemlich nah. Wir sind hier ziemlich vor uns. Du stimmst jetzt. Also jetzt reicht's. Rechts, wo wir dir war. So, okay. Oh, nicht mal gecrackt. Da falten die. Der hier ist gelasert, Bro. Der ist totus gelasert, der hier. Jungs, wir helfen euch doch gerade. Also nochmal, wie dumm kann man eigentlich sein? Ne, wir haben uns so angeschossen, ne? Also, was für Vollspasten das bitte sind. Oh, 50 gegeben, ey. Guck mal hier, Bro. Guck mal hier. Dominik, Dominik. Dominik, bereit? Ja. Noll. Hast du ihn? Ja, ja. Der war sofort tot. Oh. Na ja, irgendwo von der anderen Seite. Ich seh da gar keinen. Ach, der ist dahinter? Ja, dahinter. Ah, hier. Oben. Fein drauf. Hat nichts mehr. Also wirklich. Ich hab dem einen so krass gegeben. Warte, ich bin gleich stark. Ja, mach, 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 mach. Ja, ich hab nen Jump Head gemacht. Ja, mach, dann geh rauf, geh rauf. Gib ihm. Down. Malte, malte, gut. Gut gemacht. Jump Head war sehr schön. Oh, aber die haben wir wieder erlebt. Wollen wir da richtig hart raufpushen? Guck mal, da, oder? Da wird der da sein, oder? Ja, komm, 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 komm. Komm, 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 wir gehen runter. Gehen runter. Nicht in unser Lobby heute. 100 knockt. Ja, ja, ja. Da ist er made. Shitcrack. Shitcrack? Ja, shitcrack. Ach, ja. Alles gut, alles gut. Ja, ja, das ist halt, das ist halt dieser der Effekt der Rampart. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Alles gut, alles gut, alles gut. So, wir waren. Jump Head und weg. Ne, 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 ne. Also, du kannst den Jump Head machen, aber ich will mich kurz hier hin. Ah, da müssen wir schon wirklich hart auf unser Aim vertrauen. Was ich so sehe, treffen die halt richtig gut. So, dieses scheiß Fischer, Alter, ey. So, Junge. Gut. Komm, ihr wollt auf die harte Tour lernen. Meine Güte. Ich komm da nicht mehr hoch, ey. Ja, hier ist ein Kärbweg. Jetzt, warte mal. Hm, hab ich auch gesehen. Ich hab's ja gerne, was die für eine Waffe haben, Alter. Die hinten sind schon gut rein, nur so. Die sind scheinbar relative Defense-Spieler. Mastiff. Ja, sind noch Dinger. Ein bisschen halt aufpassen, ne? Ja, wir können pushen, aber die werden halt irgendwann hinter uns kommen. Ein Squad ist down. Das heißt, die haben die gerade besiegt. Ich mach dir einen Scan. Okay, ich hab keinen gescannt. Bist du hinter mir? Ja, die sind nach hinten. Ja, die sind vor mir. Einer knocked, einer knocked. Oh, das war, hm. Boah. Ja, das war. Boah, das war ja richtig bitter. Ah, ich weiß nicht, Digger. Ich glaub, dafür kassier ich schon Karma-Punkte. Ich bin hier ehrlich, Alter. Ich hier so eine scheiße spinne, oder? Weiß halt nicht. Von da aus dem Fenster, links. Oh, der einer hat gut kassiert von mir. Keiner 40. Da laufen sie. Oh mein Gott, den einen 70 glaub ich gegeben. Pi mal Daumen. Dem anderen 80 gegeben. Dahinter. Sei vor, es gibt noch ein anderes Squad. Denk bitte dran. Es gibt noch irgendwo ein anderes Squad. Da, rechts von uns. Rechts von uns. Oh mein Gott, hier. Eine Ratte. Eine Ratte. Das heißt, wir sind jetzt im Sandwich. Plattern. Hier hinter sind sie, Alter. Die haben da richtige Scheiß-Posi. Denk an die Ratte rechts, ne? Du weißt jetzt, wo alle Gegner sind. Guck mal, ich zeig dir noch mal. Da ist die Ratte, die ist hier unten. Dominik? Ja. Die ist unter der Map. Ich hab keine Ahnung, wo die ist. Ich weiß nicht, wo sie ist. Die ist irgendwie unter der Map. Naja, hier wird es irgendeinen Tunnel geben, den ich nicht kenne. Oder dir. Ach hier, hier. Hier ist ein Tunnel. Okay. Liveline 120. Aber nicht so viel leichte Muni mehr. Liveline ist nach vorne gepusht. Ist ein bisschen näher. 113 nimmst du hier. Gegeben. Er gibt mir halt auch 113. Ja, die schießen auf den. Er ist direkt vor uns. Knock, knock, knock. Heal dich, heal dich, heal dich. Äh. 123 ihm ist hier gegeben. Liveline push von rechts. Liveline push von rechts. Allein hier bei uns. Ich hee mich gut. Ich hee mich gut. Schön. Ich hee mich gut. Ich mache Schippet rein. Die Liveline hier in der Ecke. Jetzt ist hoch. Die Liveline. Die Liveline gleich hinter dir. Die Liveline. Oh mein Gott, Digga. Alter, das letzte Magazin. Okay, Leute. Wir mussten sie halt auch wieder ficken. Oh, 4000 Schaden. 4K-Batch. Easy peasy.